Es gab natürlich auch Szenen von Polizisten, die versuchten, Widerstand gegen die Menge zu leisten, aber sie waren einfach zahlenmäßig total überwältigt. 17 Beamten der Kapitol-Polizeikräfte werden zurzeit wegen ihrer Rolle am 6. Januar untersucht. Es wurde berichtet, dass dann endlich die Truppen der Nationalgarden von Mike Pence eingesetzt wurden, also nicht von Trump, was natürlich sehr außergewöhnlich ist, dass es nicht der Präsident war, sondern der Vizepräsident. Und dann sahen wir Trumps Video, in dem der Präsident nach Ruhe rufte, aber sofort danach sagte er zu den Demonstranten, wir lieben euch, ihr seid etwas ganz Besonderes. Und kurz danach wurde natürlich das Video von Twitter heruntergenommen. Ein paar Tage später kritisierte dann Trump den Sturm auf das Kapitol und er spekulierte, dass Antifa eigentlich für die Taten verantwortlich war. Das ist natürlich lächerlich, aber das ist noch eine Verschwörungstheorie, die sich in letzter Zeit weit verbreitet hat. Und es zeigt auch, dass es viel Verwirrung und Spaltung in den Reihen der Trump-Basis nach diesen Ereignissen gibt. Laut einer Umfrage hat etwa die Hälfte der Trump-Wähler den Sturm des Kapitols unterstützt und die andere Hälfte spricht sich dagegen aus. Viele beschuldigen Antifa, aber es gibt auch viele, die Trump vorwerfen, diese Taten provoziert zu haben. Es sieht also so aus, dass Trump es übertrieben hat und dass die ganze Sache außer Kontrolle geraten ist. Endlich, als die Truppen der Nationalgarde die Halle des Kapitals räumen konnten, kam der Kongress wieder zusammen. Und spät in die Nacht bis tief in die Morgenstunden haben die Kongressmitglieder den Zertifizierungsprozess für die Wahlergebnisse endlich abgeschlossen. Aber unterdessen lagen Glasscherben und Blut auf dem Boden und eine laufende Mordermittlung direkt vor den Toren des Senats. Die Medien, die Politiker und all die Liberalen haben diese Ereignisse ein organisierter, aufständischer Putsch genannt. Viele Aktivisten in Linksorganisationen, wie zum Beispiel in den DSA, Democratic Socialists of America, haben auch gesagt, dass es ein Versuch war, die US-Regierung zu stürzen, um ein faschistisches Regime zu errichten. Aber als Marxisten müssen wir immer Augenmaß bewahren. War dies wirklich ein Putschversuch? Ist Faschismus in den USA eine mögliche kurzfristige Entwicklung? Unserer Meinung nach ist das einfach nicht der Fall. Ein bonapartistischer Putschversuch kann nur dann geschehen, wenn nach einer Periode Instabilität der Klassenkampf in eine Sackgasse endet und die gegeneinander kämpfenden Klassen sich gegenseitig erschöpft haben. Und das noch mit der Unterstützung des Staatsapparates, des Militärs und der Kapitalisten allgemein. Aber das ist einfach nicht die gegenwärtige Situation in den USA. Nur drei Tage vor diesen Ereignissen veröffentlichten alle ehemaligen Verteidigungsminister eine gemeinsame Erklärung, in der sie das Wahlergebnis verteidigten und in der sie erklärten, dass das Militär sich in der Wahl nicht einmischen würde. Wenn das Militär eingesetzt worden hätte, unserer Meinung nach würde es gegen Trump gewesen, nicht um ihn als Diktatur zu installieren. Die große Mehrheit der Kapitalisten selbst ist auch nicht auf Trumps Seite. Die herrschende Klasse sahen Trump als ein verlässlicher, als nicht verlässlicher, also ein unverlässlicher politischer Vertreter. Nach den Ereignissen des 16. Januar ist das sich weiter verschärft. Zum Beispiel hat der Industrielle Verband die National Association of Manufacturers, der 14.000 Großunternehmen vertritt, nach dem 16. Januar eine Erklärung veröffentlicht, in der sie Vizepräsident Mike Pence aufforderten, ein Amtshebungsverfahren gegen Trump zu starten. Jetzt haben auch eine ganze Menge von Fortune 500 Großunternehmen ihre Spenden an Kongressabgeordnete zurückgezogen, die gegen die Bestätigung der Wahlergebnisse gestimmt haben. Die Proud Boys, all diese Pro-Trump-Verschwörungstheoretiker und der Rest der extremen Rechte, reichen also einfach nicht aus allein, um eine Diktatur zu errichten. Wie ich vorher erklärt habe, stimmt es, dass eine Reihe einzelner Polizisten freundlich und wohlwollend mit den Protestanten waren, aber es gab keinen ausgearbeiteten Plan, mit den Kräften des Staates durch den Angriff des Kapitols eine neue Regierung zu errichten. Die Anzahl von Teilnehmern an diesem Ereignis war bestimmt beeindruckend. Wahrscheinlich gab es irgendwo zwischen 5.000 und 20.000 Leute, aber das ist sowieso nur ein winziger Teil der gesamten Bevölkerung und noch dazu ein sehr kleiner Teil der gesamten Anzahl von Trump-Anhängern. Demonstranten sind von jeder Ecke des Landes eingeflogen, von Kalifornien, Florida, Colorado, Texas und so weiter. Und nachdem Dutzende oder Hunderte frei im Kapitol herumgewandert sind, sind sie dann wieder rausgegangen, von Polizeioffizieren und Nationalgarden hinaus begleitet und dann wieder heimgegangen. Die Kräfte der extremen Rechte sind selbstverständlich bemerkenswert, aber wir sollten auch ihre Stärke und ihre Würde in der Gesellschaft auch nicht übertreiben. Die überwältigende Macht des Restes der Arbeiterklasse könnte diese kleinen Gruppen mit dem kleinen Finger beiseite fügen. Die Ereignisse, die wir am 6. Januar betrachtet haben, sind erst eine Seite des allgemeinen Prozesses von Radikalisierung in der allgemeinen amerikanischen Gesellschaft. Es gibt halt Linksradikalisierung und Rechtsradikalisierung. Und die Seite, die mit dem Strom der Geschichte schwimmt, ist die, die wir im Sommer 2020 gesehen haben. Die Dutzende Millionen von Arbeitern, die in den Black Lives Matter Demos teilgenommen haben. Das waren insgesamt 10 Prozent aus allen Schichten der US-Bevölkerung, die teilgenommen haben, gemeinsam mit vielen Millionen weltweit, die gegen Rassismus, Unterdrückung, Polizeigewalt und gegen brutale Repression gekämpft haben. Aber wie kann man dann diese tiefe Polarisierung verstehen? Wie kann man zum Beispiel erklären, dass Trump 74 Millionen Stimmen gewonnen hat? Und wieso gibt es so viel politische Instabilität mit all diesen beispiellosen gesellschaftlichen Erdbeben, die eines nach dem anderen geschehen? Das ist gerade was die Liberale und die Medien und die Demokraten einfach nicht verstehen können. Sie fragen, wieso ist das Land so polarisiert? Und sie geben immer nur externen Faktoren die Schuld. Zum Beispiel laut ihnen, sei es wegen Social Media oder wegen Facebook-Algorithmen oder sei es Russland und Putin und so weiter. Aber als Marxisten verwerfen wir diese oberflächlichen Erklärungen. Die starke politische Polarisierung in der amerikanischen Gesellschaft ist die Auswirkung der allgemeinen Unzufriedenheit und wechselnde Stimmung der Bevölkerung der letzten Jahrzehnten. Man kann das Trump-Phänomen also nur dann verstehen, wenn man die zugrunde liegenden Ursachen von einem Klassenstandpunkt analysiert. Trump ist nicht die Wurzel der gegenwärtigen Krise, sondern erst ein Symptom, das wiederum dann auch die Krise und Polarisierung vertieft und beschleunigt hat. Unter der Oberfläche gibt es eine tiefsitzende Wut und Frustration und ein sehr tiefes Gefühl, dass die Gesellschaft sich eindeutig im Niedergang befindet und insbesondere nach der Krise von 2008 die mit sich niedrigeren Lebensstandards, Erschöpfung und Verarmung gebracht hat. Im Mittel des Wirtschaftsbooms vor ein paar Jahren lebten vier Fünftel der US-Bevölkerung schon Paycheck to Paycheck, also von Gehaltscheck zu Gehaltscheck. Fast 15 Prozent der Gesellschaft und 25 Prozent aller Kinder lebten in Armut. Das sind 41 Millionen Leute in dem sogenannten reichsten Land der Welt. 70 Prozent aller Amerikaner hatte weniger als 1.000 Dollar an Ersparnissen und 35 Prozent besaß überhaupt keine Ersparnisse. Zehn Millionen verlieren ihr Haus in 2008 und es gab über 500.000 dauerhaft Obdachslose, die auf der Straße leben mussten. Andererseits gibt es zwei leer stehende Spekulationshäuser für jede Obdachlose Person. Millionen von Menschen können sich auch notwendigen Arztbesuche nicht leisten und die Verschuldung der privaten Haushalte war von mehreren Trillionen Dollar. Das ist die schlimme, verzweifelte Lage, womit die Arbeiterklasse in der letzten Periode konfrontiert wurde, und zwar lange vor der Corona-Krise. Natürlich ist diese Situation viel, viel schlimmer heute. Also nach jahrelanger Erfahrung unter diesen Bedingungen ist dann das Ergebnis ständig wachsender Klassenhass. Eine Umfrage vom Sommer 2020 ist meiner Meinung nach sehr bemerkenswert. Sie zeigt, dass mehr als 70 Prozent aller Amerikaner wütend über den Zustand des Landes sind und dass fast 90 Prozent unzufrieden mit dem Lauf der Dinge in den USA sind. Die Wahlen von 2016 hatten wir schon, also wir hatten schon gesehen, dass die Wahlen eine Ablehnung des Status Quo zeigen und auch das Auseinanderfallen des sogenanntes politischen Zentrums. Die gesellschaftliche Erosion hat sich in den Zusammenhang der bereits bestehenden kapitalistischen Parteien, also im Zusammenhang des Zweiparteien-Systems ausgedrückt. Und da entstand Donald Trump als die Figur in der Republikanischen Partei und Bernie Sanders in der Demokratischen Partei. Und beide Figuren stellten einen Bruch mit dem Zentrum und also war Trump ein Ausdruck der Rechtspolarisierung und Bernie Sanders ein Ausdruck der Linkspolarisierung. In 2016 waren viele Trumps Anhänger, auch potenzielle Anhänger von Sanders, aber dann als Sanders beide Male vor dem Status Quo und vor der demokratischen Partei kapitulierte, hat das ein großes Vakuum in der politischen Landschaft hinterlassen. In Anwesenheit einer Arbeiterpartei, die die Bestrebungen der Massen verträgt und eine echte Antwort für ihr Leiden vorlegt, ist dieser Klassenhass in Form einer reaktionären politischen Spaltung der Arbeiterklasse an die Oberfläche gekommen. In den Augen Millionen Arbeiter wurde Trump also die einzige Anti-Establishment-Figur. Und Trump war eigentlich für viele Arbeitern das kleinere Übel. Also kann man auch verstehen, dass Trumps Basis nicht homogen ist. In den 74 Millionen Leuten, die für Trump gestimmt haben, gibt es natürlich viele kleinbürgerliche, rassistische Elemente. Es gibt auch einige Rechtsextremen, White Supremacists und sogar eine kleine Schicht von faschistischen Individuen und so weiter. Aber es gibt auch Millionen von wütenden, verzweifelten Arbeitern, für welche eine Stimme für Trump, eine Stimme gegen Wall Street und eine Stimme gegen den Status Quo bedeutete. Sogar 40 Prozent der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter haben diesmal Trump gewählt. Und das sind Arbeiter, die traditionell immer für die Demokratische Partei gestimmt hatten. Das sind Millionen von gewerkschaftlich organisierten Arbeitern, vor allem in den ländlichen Gebieten. Derweile wurden die Demokraten zu einem Referenzpunkt für sämtlichen Anti-Trump-Sektoren der Gesellschaft. Viele Arbeiter und Arbeiterinnen, die von Trumps reaktionären, rassistischen Rhetorik und Lügen empört sind, haben eine Stimme Biden gegeben. Nicht, weil sie im geringsten von Biden begeistert waren, sondern um gegen Trump zu wählen. Aber auch gibt es viele, also in der demokratischen Koalition gibt es auch viele ehemalige Republikaner, viele Liberalen und natürlich praktisch die gesamte kapitalistische Klasse, die sich hinter Biden erstellte. Die überwältigende Mehrheit der herrschenden Klasse verachtet Trump, weil er ein unberechenbarer und destabilisierender Faktor in der Situation ist. Trump kümmert sich einfach nur um seine unmittelbare Eigeninteresse und sein egomanisches Verhalten hat die Legitimität des Wahlsystems und der bürgerlichen Demokratie untergraben. Acht von zehn Wählern glauben, dass Wahlbetrug manchmal bis oft passiert und davon sind 70 Prozent Demokraten und 90 Prozent Republikaner. Nur drei Prozent der Wählerschaft glaubt, dass Betrug nie passiert in den Wahlen in den USA. Sogar nach den Ereignissen des 16. Januars haben dann 147 Republikaner im Kongress gegen die Zentrifizierung des Wahlergebnisses gestimmt. Das ist halt mehr als die Hälfte der Republikaner des Kongresses. Das ist echt eine sehr, sehr schlimme, sehr tiefe Krise des Regimes. Und das ist genau die Ursache des Konflikts zwischen Trump und der Rest seiner eigenen Klasse. Die Berichte der Wahlfinanzierung zeigen, dass Großunternehmen und reiche Spender eine deutliche Präferenz für Biden hatten. Die Demokraten haben mehr als doppelt so viel in Spenden wie die Republikaner bekommen und eine große Mehrheit der Spenden vom Finanzkapital. Biden war also offensichtlich, wie leider auch Trump gesagt hat, das Liebkind von Wall Street. Und natürlich würden die Kapitalisten sein Geld nicht so spenden, wenn sie Rendite für ihre Investitionen nicht kriegen würden, ob kurz oder langfristig. Die enttäuschten und unzufriedenen Arbeiter, die von Trumps Reaktionäre und demagogische Rhetorik überzeugt wurden, könnten vielleicht von einer dritten unabhängigen Partei mit einem linken Programm sozialer und wirtschaftlicher Forderungen begeistert werden. Somit könnte man die Arbeiter auf einer Klassenbasis vereinigen. Aber die einzige Alternative war die Corporate Demokratische Partei, die während der vorherigen wirtschaftlichen Krise nichts für die Arbeiterklasse getan hat und ein Status Quo-Kandidat wie Joe Biden. Das hatte dann den Effekt, die reaktionäre politische Spaltung der Arbeiterklasse zu verschärfen. Gleichzeitig haben wir auch das Phänomen der sogenannten demokratischen Sozialisten im Kongress mit Leuten wie natürlich Bernie Sanders, aber auch Leute wie Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaid, Ilhan Omar und andere, die die Unterstützung von der linken Organisation, DSA hatten, die Demokratische Sozialisten Amerikas. Aber ihr Fehler ist halt, dass sie innerhalb der demokratischen Partei arbeiten und somit kein klarer Klassenstandpunkt vertreten können. Sie sind unter dem Druck der Regeln und Forderungen einer kapitalistischen Partei und somit sind sie vom Rest der Partei kaum zu unterscheiden und werden als Mitverantwortliche der Anti-Arbeiter-Gesetze der Demokraten gesehen. Wenn die Arbeiter die Nase voll haben von einer weiteren demokratischen Regierung, die nochmal nur leere Versprechen hat, werden diese linken Demokraten sie werden damit keinen unabhängigen Kanal aufgebaut haben, mit dem man die Unzufriedenheit der Arbeitenden auffangen und das Zwei-Parteien-System ersetzen kann. Diese Chance werden sie dann einfach verpassen. Deswegen hilft ihre Strategie einfach nicht. Sie untergräbt die Aussichten, eine unabhängige politische Alternative für die Arbeiterklasse aufzubauen, um diese reaktionäre ideologische Spaltung der Arbeitenden aufzulösen. Aber jedenfalls bleibt die Frage, was wird Biden tun? Bidens Programm ist einfach. Er ist nicht Donald Trump und er wird die USA zurück zur guten alten Zeit der Obama-Jahren bringen. Aber vergessen wir nicht, dass Obamas gute alte Zeit auch eine Zeit von Ausbeutung, von Unterdrückung, von Massendeportationen, Unwohlsein und Armut war und dass die Unzufriedenheit, die daraus entstanden ist, den Weg für Trump ebnete. Es mag sein, dass Bidens Regierung kurzfristige und oberflächliche Maßnahmen durchführt, um vielleicht das Schlimmste der Krise zu mildern für die Arbeitslosen, Armen und Kleinunternehmen. Zum Beispiel hat er gesagt, dass er eine einmalige Zahlung von 1.400 Dollar statt 600 Dollar geben wird. 600 Dollar hat Trump schon gegeben. Jetzt werden die Arbeiter noch 1.400 Dollar einmal kriegen. Aber seine Politik wird in all den wesentlichen Punkten Wall Street und die kapitalistische Klasse stützen. Auf die eine oder andere Weise wird letztendlich die Arbeiterklasse schließlich für die Krise des Kapitalismus zur Kasse gebeten. Entweder mit Sparpolitik oder Inflationsdruck oder irgendeine andere Kombination von Angriffen auf Löhnen und auf Lebensbedingungen. Die demokratische Partei hat jetzt, was wir hier die Trifecta nennen. Das heißt, sie haben eine Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses und auch die Präsidentschaft. Sie werden dann keine Ausrede haben, wenn sie keine umfassenden Reformen verabschieden, die die Situation der Arbeiterklasse grundlegend verbessert. Biden hat aber schon gesagt, dass er Medicare for all nicht unterstützt. Also wird er keine Antwort für die schlimme Krise der Krankenversicherung haben, eben weil die Demokraten seine Partei von Milliarden der Versicherungswirtschaft finanziert wird. Er hat auch schon erwähnt, dass er den Green New Deal auch nicht unterstützt. Und sicherlich kann er auch nicht einen Existenzlohn für alle Arbeiter sichern oder bezahlbaren Wohnraum und so weiter. Aber man braucht genau radikale Maßnahmen zur Bewältigung der Krise. In April 2020 stieg die reale Arbeitslosigkeit auf 23 Prozent. Das ist fast so hoch wie während der Großen Depression. Jeder dritte Arbeiter hat Lohnkürzungen hingekommen. 100.000 Unternehmen sind dauerhaft geschlossen und allgemein gibt es 10 Millionen weniger Arbeitsplätze als im März 2020. Das gilt auch für 1.4 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst, die ihre Arbeit verloren haben wegen Haushaltskürzungen. 43 Millionen Leute befinden sich heute in Gefahr, geräumt zu werden, weil sie sich die Miete nicht mehr leisten können. Und darüber hinaus sehen wir die Gesundheitskrise, die durch die Pandemie noch verschlimmert wurde, mit hunderttausenden neuen Anstechungsfällen und tausenden Toten jeden Tag. Die Verwüstung, die die gegenwärtige Krise der Arbeiterklasse gebracht hat, ist fast unbeschreibbar. Die Zerstörung der Lebensgrundlage, die Anzahl von Eltern, die einfach nicht wissen, wie sie ihre Familien ernähren oder für ein Dach über dem Kopf sorgen können. Der Grad des Leidens stellt die letzte Krise, die Krise von 2008, in den Schatten und man kann sie vielleicht nur mit der Großen Depression vergleichen. Also was kann Biden dann alles tun? Als die Partei der Reichen und die Partei von Wall Street wird er einfach keine Werkzeuge haben, um die fundamentale Krise des Kapitalismus zu lösen. Die Konjunkturmaßnahmen, die die US-Regierung verabschiedete, beträgt bisher 4 Billionen Dollar. Ein Fünftel davon waren Direktzahlungen an Einzelpersonen, während die Hälfte des gesamten Betrags benutzt wurde, um Großunternehmen zu retten, ohne Verpflichtung, ihre Arbeiter zu bezahlen. Das ist die größte Hilfsaktion für die Kapitalisten in der ganzen Geschichte. Unternehmen werden zig Millionen bezahlt und gleichzeitig entlassen sie Tausende von Arbeitern. Jedenfalls kann die Regierung nicht nur weiterhin ausgeben, irgendwann wird die Arbeiterklasse letztendlich die Rechnung bezahlen müssen. 43 Prozent aller registrierten Wähler glauben, dass Biden die Wahlen nicht rechtmäßig gewonnen hat. Und Biden ist deswegen ein Präsident, der über ein tief gespaltenes Landes herrscht und auch über eine noch nie dagewesene Zusammentreffen von Katastrophen. Er wird die Polarisierung, die in erster Linie zum Trumpismus führte, nicht lösen können. An der Oberfläche ist er natürlich ganz anders als Trump. Er ist viel stabiler. Seine Rolle wird eigentlich sein, die Legitimität des Systems zurückzubringen im Namen der herrschenden Klasse. Aber grundlegend bleibt das eine Regierung von und für die Kapitalisten. Aber wie man letzten Sommer sehen konnte, gibt es viel größere und wichtigere Ausdrücke der Arbeiterklasse gegen die Krise des Systems, als man in den Urnen beobachten konnte. Natürlich sah man die Black Lives Matter Bewegung, aber auch Streikwellen und eine große Erhöhung des Klassenkampfes im ganzen Land. Eine der wichtigsten Folgen der Pandemie war die spontane Streikwelle, in der Tausenden von Arbeitern letztes Jahr teilgenommen haben. Sie waren meistens im Dienstleistungssektor, aber es gab auch eine ganze Reihe von industriellen Streiks bei Lebensmittel verarbeitenden Betrieben in Georgia und auch in Minnesota in Fleischverpackungsanlagen mit Nebraska und Colorado bei einer Obstfabrik im Stadt Washington, Busfahrer in Michigan und Alabama bei General Electric im Autosektor bei Fiat Chrysler in Michigan. Es gab auch Streiks unter den Müllarbeiter in New Orleans und Pittsburgh und eine ganze Streikwelle im Gesundheitssektor wie zum Beispiel Krankenpfleger in Chicago in Connecticut und es gab auch hunderte Streikaktionen im Gastronomie Bereich, Studentenstreiks gegen die Studierengebühren und eine ganze Welle von Mietstreiks. Kurz gesagt haben wir letztes Jahr eine authentische Streikwelle durchlebt. Wenn es eine richtige Führung gegeben hätte, dann hätten diese Kämpfe erheblich eskalieren können. Und so wie die Corona-Pandemie und die Krise sich in das neue Jahr hinein fortgesetzt sind, ist auch der Klassenkampf fortgesetzt. Zum Beispiel gab es hier in New York, wo ich heute bin, letzte Woche ein sehr wichtiger Streik von 1500 Arbeiter, die Erzeugnisse für bis zu 60% aller Supermärkte in der Stadt versorgt. Und sie haben eigentlich gestern gewonnen. Seit der Krise 2008 hat sich also die Zusammensetzung der US-Arbeiterklasse verändert und die jüngere Generation, die seit der letzten Krise in den Arbeitsmarkt angetreten ist, gilt jetzt als der größte Teil der Belegschaft. Und gerade unter dieser Schicht herrscht eine deutliche kämpferische Stimmung. Und in dieser Streikwelle die wir dieses Jahr und letztes Jahr gesehen hat, hat man das Zeichen dieser 2008 Generation gesehen. Alle Streiks im Dienstleistungssektor, im Einzelhandel, in den Amazon-Lagern, bei den Fastfood-Ketten, das ist ein Querschnitt der Arbeitsplätze, die seit der letzten Krise geschaffen wurden. Also Niedriglohnstellen ohne Zusatzleistungen, kaum gewerkschaftlich organisiert und zudem sind es normalerweise junge, ausgebildete Arbeitende, die bei diesen Stellen beschäftigt sind. Unter den Arbeitern, die zwischen 18 und 34 Jahre alt sind, unterstützen 71% die Gewerkschaften. In den kommenden Jahren gibt es ein großer Potenzial für ein explosives Wachstum in den Reihen der Arbeiterbewegung und der Gewerkschaftsbewegung und gleichzeitig zeigen Umfragen, dass 75% aller Amerikaner glauben, dass die gegenwärtige Form des Kapitalismus der Gesellschaft nicht nutzt. Aber noch bedeutsamer meiner Meinung nach ist es 20% also 20% der Umfragen glauben, dass keine Art von Kapitalismus eine bessere Zukunft für die nächste Generation produzieren kann. Das ist praktisch ein revolutionärer Ausblick von circa 60 Millionen Menschen im Land des Red Scare, der Roten Angst. Es ist also klar geworden, dass im Verlauf der letzten Jahren die antikommunistische Propaganda des Kalten Krieges ihre Wirkung verloren hat und vor allem zumindest unter der Millennial Generation. 70% von allen unter 35 Jährigen sind bereit, für einen sozialistischen Kandidat zu stimmen. Die Hälfte davon, also 35% der Millennials haben Sympathien für den Kommunismus und für Marxismus und diese Sympathie für Sozialismus erreicht zurzeit noch viel breitere Schichten der Bevölkerung. In den Wahlen 2020 seien wir die größte Wahlbeteiligung aller Zeiten, aber es gab sowieso mehr Leute, die gar nicht gewählt haben, als die Anzahl von Stimmen für entweder Biden oder Trump. Mehr als ein Drittel der Wahlberechtigten machten sich nicht einmal die Mühe, einen Brief mit ihrer Wahl zurück zu schicken, obwohl die Medien, die Liberalen, die Demokraten diese Wahlen als die wichtigsten Wahlen unseres Lebens nannten. Zur gleichen Zeit dachte ein 54 Prozent der Bevölkerung, dass der Brand des Reviers des dritten Polizeibezirks in Minneapolis gerechtfertigt sei. Also dieser aufständische Akt erhielt mehr Unterstützung als jeder von den Wahlkandidaten. Es gibt großes soziales und politisches Potenzial, aber das kann im Rahmen des Zweiparteien-Systems keinen klaren Ausdruck finden. Eine Mehrheit der Bevölkerung und vor allem unter Jugendlichen fühlen sich durch die Zweiparteien nicht vertreten und deswegen ist die wichtigste Aufgabe der Linke und der Arbeiterbewegung allgemein in dieser Zeit die Grundlagen einer unabhängigen sozialistischen Klassenpartei zu bilden. Gruppen wie DSA, die demokratische Sozialisten Amerikas, sollten ihre Kandidaten und auch andere Kandidaten nur als unabhängige Sozialisten unterstützen, statt innerhalb der demokratischen Partei zu arbeiten. Das allein wäre ein Riesenschritt für die Bewegung und das sind die Forderungen, die wir, der Socialist Revolution, die IMT in den Vereinigten Staaten innerhalb der Arbeiterbewegung und der sozialistischen Linken erheben. Eine sozialistische Massenpartei der Arbeiterklasse würde in ihrem Programm mindestens 1000 Dollar pro Woche allen Arbeitern garantieren, ob sie derzeit beschäftigt sind oder nicht. Es würde ein sofortiges und dauerhaftes Verbot für Räumungen einführen und Mietpreise auf 10% des Einkommens begrenzen und es würde auch kostenlose medizinische Versorgung und Ausbildung erbringen und so weiter. Und die Frage dann ist, womit kann man das bezahlen? Das Geld dafür soll von den Profiten kommen, das von den Kapitalisten aus den Arbeitern herausgepresst wird. Mit der Enteignung der Fortune 500 Unternehmen, der Großunternehmen, können die enorme Ressourcen benutzt werden, um alle Bedürfnisse der Bevölkerung in diesen Zeiten von schlimmer Krise zu befriedigen. Wir müssen immer geduldig erklären, dass nur eine Arbeitsregierung fähig sein wird, diese Forderungen zu erreichen. Solches Programm würde auch nicht versuchen, den Kapitalismus vor sich selbst zu retten, sondern die Realität des Systems aufzudecken. Das heißt, die brutale Unterdrückung und Ausbeutung der überwiegenden Mehrheit, um den Reichtum von einer winzigen Minderheit anzuhäufen. So ein revolutionäres Programm verteidigen wir in der IMC und das ist die Art von Programm, das in der Lage ist, die Arbeiterklasse zu vereinen und damit den Grundstein für eine neue Gesellschaft zu legen. Wir bauen unsere Kräfte auf, so schnell wie möglich unter diesen sehr positiven Umständen. Wenn der Marxismus zu einem Faktor in der politischen Landschaft wird, sind wir überzeugt, dass dieses Programm ein massives Eko unter breiten Schichten der Arbeiter und Arbeiterinnen bekommen wird. Millionen von Menschen können derzeit deutlich verstehen, dass wir weltweit in eine revolutionäre Epoche eingetreten sind. Und deshalb verteidigen wir auf unserem Banner den Bolschewismus, den revolutionären Optimismus und den Kampf für den Sozialismus in unserer Lebenszeit. Vielen Dank. Teil von Dez von Banner und Banner in Aus